Kaj Haberts schlägt. Oh, das ist eine Schönheit! Und wir sehen die Erwachsenen eines Superstars. Er erhält sich jede Woche. Rudi Völler sagt, es ist ein Jahrhunderttalent. Man sieht es auch. Er spielt mit Leidenschaft, er spielt unbekümmert, er ist ein sehr schneller Spieler. Er hat einfach eine Übersicht, eine Souveränität, eine Geschwindigkeit, nimmt alles mit, was man braucht und er wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Er ist hungrig, er hat Bock zu spielen, hat keine Angst und hilft uns natürlich brutal auf dem Platz. Meine Stärken waren auf jeden Fall immer so das Technische, dass ich eine gewisse Ruhe am Ball habe und in unterschiedlichen Situationen auch immer eine Lösung finde. So richtig bewusst wurde mir das erst vor zwei, drei Jahren, so nach dem U17-Jahr, wo wir auch die Deutsche Meisterschaft gewonnen haben und wo ich dann auch hier das erste Mal zu den Profis eingeladen wurde, zum Training. Wir hatten eine schwierige Saison. Jetzt sind wir für Europa qualifizieren, für sicher. So, es ist etwas. Hopefully, wir können auf das und auch die Champions League erreichen. wird da dich berühmert, um es zu Ende. Oh, ja. Oh, ja, wir sind das oder gar nicht. Oh, ich bin nichts. Das war's. Wir sind jetzt schon so wichtig. Wir werden über ein paar Mal zu consiguen, das war's. InginAL-N-NOM-諭期間-